Jesus wurde nicht empfangen durch die Verschmelzung einer menschlichen Samenzelle mit der einer weiblichen Eizelle, sondern Jesus Christus wurde durch den Heiligen Geist empfangen. Gott hat einfach den Leib der Maria gebraucht, um Jesus zu gebären. Matthäus 1, Vers 18 bezeugt uns, dass Jesus durch den Heiligen Geist empfangen wurde, bevor Josef und Maria zusammengekommen waren. Doch Jesus wurde durch den Heiligen Geist empfangen, aber Gott hat einfach den Heiligen Geist empfangen. Und deshalb erfüllt Jesus diese zweite Bedingung, der Heiland der Welt zu sein, weil er kein Abkömling von diesem Adam ist. Und drittens, um wirklich der Heiland der Welt zu sein, muss er auch Kraft haben. Also hier auf der Erde, wenn wir einem Feind etwas entreißen wollen, dann brauchen wir Macht und Kraft dazu. Und in der gleichen Weise muss ein Erlöser für die ganze Welt letzten Endes die Kraft, die Macht haben, diesem Feind, dem Teufel, die Menschheit zu entreißen. Und der Heilige Geist, der Heilige Geist, der Heiligen Geist, der Heilige Geist ist. Und die Heilige Geist kommt dieser Kraft dahin auszustande, dass er ohne Sünde ist. Und weil Jesus von dem Heiligen Geist empfangen wurde, also nicht von Heiligen Geist. Und wenn er von Adam her abstammt, so hat er diese Erbsünde der Menschheit nicht. At the same time, Jesus has known his own sin, self-committed sin. Und zur gleichen Zeit hat Jesus selber in seiner Lebzeit niemals eine Sünde begangen. Well, one's own sin means that the sins men are committing while he is living on the earth after birth. Eigene Sünden bedeutet doch, dass der Mensch Sünden begeht, nachdem er in diese Welt hineingeboren wurde. Also, Jesus hat er alle Gebote Gottes erfüllt. Er hat nicht eines gebrochen, keine Sünde begangen. Nur ein Mensch wie Jesus Christus, der keine Sünde begangen hat, hat die Voraussetzung erfüllt, der Erlöser der Menschen zu sein. Und so, liebe Zuhörer, hat dieser Sündlose Jesus auch die Kraft und die Macht, uns Menschen von der Sünde und von allem Gebrechen zu erlösen. Jesus Christus, die Jesus Christus, die Jesus Christus, die Jesus Christus gebeten, hat diese Kraft Gottes, die Jesus Christus gebeten. Und wenn wir diese geistliche Kraft empfangen haben, und wir dann in dem Namen Jezus beten, dann werden krankheiten und gebrechen geheilt. Und diese Menschen, sie können sogar unheilbare Krankheiten in dieser Weise heilen. Even wonderful works of God beyond the limit of time and space can be manifested or can be performed. Und wunderbare Werke Gottes, die über Zeit und Raum hinausgehen, können dann in dieser Weise zustande kommen. Und wenn ich in dieser Namen und dieser Kraft hier auf der Bühne dann bete, dann ist die Kraft Gottes über die ganze Welt hinaus. Einmal hat ein kleines Pakistanisches Mädchen an einer sehr schweren Krankheit gelitten, eine Verstopfung des Dickdarms. Und während dieser Zeit war die ältere Schwester von Cynthia in Korea zum Studium. Und sie brachte dann ein Foto von ihrer kleinen Schwestern zu mir. Ich habe dann gebetet, meine Hand auf dieses Foto gelegt und etwas Wunderbares ist dann in Pakistan geschehen. Und sie sind ja, die im Sterben nach wegen dieser Sölikalie, die wurde in wunderbarer Weise geheilt und dient jetzt dem Herrn. Und so geschieht es, dass auch heute in wunderbarer Weise über das Satellit oder das Internet die Menschen geheilt werden in dieser Kraft Gottes.